Daraufs noch mal zu verändern. Super! Jetzt steht immer noch drauf mit einem Fuss. Gut, einmal schwimmen. Ach nein, du hältst mich ja. Ja, jetzt! Miner? Miner? Ja! Einmal musst du jetzt noch, Kalina. Weil das hast du so beschissen. Pass aber bitte auf, Kalina. Nicht, dass die hier. Gut! Super! Schön! Die Hibena ist drin. Die Hibena ist drin. Die Hibena ist drin. Und man sieht mal, wie schmal der kleine Wutzplutz eigentlich ist. Ich glaube, es ist mehr fällt. Es ist gleich sauber. Gefällt es nicht. Wenn es hoch geht, dann lässt du sie aber abtrocknen lassen, gell? Ja klar, abtrocknen lassen. Ja, dann wird einfach nassig bleiben. Ja, aber das kostet eine schönere Temperatur als wie das andere ist. Okay. Super, hast du schon geschafft, mein...